Hallo, heute am 4. Mai, mein Geburtstag. Ich bin noch nicht wirklich unterwegs, eigentlich sollte ich schon am Berg sein. Ich bin heute eine Schnecke, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte mich echt bedanken für diese wunderschönen Papageinpflanzen, Papageinblumen heißen sie ja, Papageinblumen. Wunderschön, wirklich. Also, ich wurde gleich geweckt in der Früh. Ja, deswegen brauche ich jetzt nochmal einen Kaffee, eine Dusche. Mein Hund ist sowieso immer fertig. Ja, und mein Projekt ist noch nicht ganz fertig. Ihr seht es hier. Ich bin heute eine Schnecke, ich muss es ehrlich sagen. Nein, ich freue mich wirklich über Blumen, aber ich habe schon so viele Orchideen. Dass ich gesagt habe, bitte keine Orchideen mehr. Ich muss die alle überwintern, immer. Und ich habe es immer geschafft. Meine Orchideen sind jedes Jahr doppelt so groß wie voriges Jahr. Und ich komme schon gar nicht mehr nach, mit den Orchideen diese umzusetzen. Die werden immer mehr und mehr. Deshalb habe ich gebeten, keine Orchideen. Und heute habe ich mal Papageinblumen bekommen. Echt schön. Ich bin gespannt, wenn sie komplett aufgehen. Ja, echt wunderschön. Ich bedanke mich auch sehr herzlich für das nette Geburtstagsvideo von Lothar, das er auf seinen Channel geschickt hat. Ihr könnt es sehen unter meinem letzten Video. Und ich will da noch nicht zu weit runter gehen, weil sonst sieht man die dritte Gravur. Und die soll man noch nicht sehen. Das ist ein kleines Projekt. Weil es heißt ja, es ist ja nicht nur ein Gaming-Channel. Gaming tierisches, crazy und so weiter. Also bei mir kommt alles vor, was gerade so am Programm steht. Ja, ich musste jetzt diese Blume filmen, weil die war so schön. Dahinter ist, ui, ja, das ist ein Geschirr von meinem alten Hund. Von dem konnte ich mich nicht trennen. Das hängt jetzt über den Spirit seiner Hütte. Ja, und ihr alter Beiskopper, sie ist ja schon gestorben. Auf jeden Fall. Aber diese zweite Gravur, nur dass ihr es wisst, das ist wirklich eine Test-Gravur. Da habe ich drei verschiedene Arten getestet. Von Aufsätze, vom Lötkolben. Und deshalb ist das nicht wirklich schön geworden. Wenn ihr das Original seht, von dem ich das abgezeichnet habe. Also, ja, das ist nicht perfekt. Also bei mir muss das wirklich perfekt sein. Und deshalb dauert das Projekt noch etwas. Und das ist nur meine Testplatte hier. Ja, vielleicht kommt es dann noch auf meinen Channel, wie gesagt. Ich wollte mich nur bedanken beim Rätselkönig. Unser Bettel steht noch aus, gell? Lothar, danke für das nette Geburtstagsvideo. Ja, ich komme nicht mehr dazu. Also, David, genau, und Sabrina, Matthias, dann Carla. Die hat ja auch im Mai jetzt Geburtstag, die Carla. Also, du bist ja auch ein Geburtstagskind. Wäre doch auch eine Idee, deiner Mutter einen Blumenstrauß zu schenken. Also, eine echt hammer Idee. Finde ich echt gut. Ja, ich höre jetzt auf zu reden. Ich rede schon wieder zu lange. Ich lasse es mir jetzt gut gehen, weil ich muss noch so viel machen. Es wird immer später und später. Ich wünsche euch alles Liebe. Und danke, danke, danke für die vielen Geburtstagsgrüße. Wirklich, hat mir echt viel bedeutet. Danke nochmals.